Also man sieht schon, der Timo, der weiß schon ein bisschen Bescheid. Ich höre dazu, was da besprochen wird. Wow, wow, bärtstark, bärtstark. Wow, der kommt, der kommt, der fällt. Sehr, sehr schöner Ball. Der war ganz schwierig. Den muss man erst mal treffen und den auch. 27 Kameras rund um die Ina, aber kein Problem. Also, da haben wir hier zwei Sieger im Bild. Das war's.